Es war zwar nicht das beste Spiel der Bayern, aber ein Punkt ist besser als gar kein Punkt. Und somit willkommen zum Talk Union Berlin gegen Bayern München. Ja, Union Berlin kann man nur ein großes, großes Kompliment machen. Die haben sehr wenig Mittel verglichen mit dem FC Bayern, was Geld angeht. Und die haben ein super kämpferisches Spiel abgeliefert. Aber naja, fangen wir erstmal an. Union Berlin früh in Führung gegangen, Eckball, Trimmel wurde nicht bewacht von Union Berlin. Ja, den darfst du nicht frei zum Kopfball kommen lassen. 1-0 für Union Berlin. War super gemacht, kann man nichts anderes sagen. Und die Bayern-Abwehr heute wieder total bröcklich, total wackelig. Das hatte nichts mit Verteidigung zu tun. Und bessere Note als 4- kann ich nicht geben. Und das ist auch noch großzügig mit einem Auge zugedrückt von mir, diese 4-. Das ist auf jeden Fall ganz schwache Leistung, wie da der Abwehr. Da hat nichts gestimmt. Union Berlin hat sich aber nach dem 1-0 keineswegs zurückgezogen. Sie haben weiter probiert, ihre Chancen rauszuspielen und hatten auch sehr gute Chancen. Hatten auch Kontergelegenheiten und hätten eigentlich 2- oder 3-0 führen müssen vielleicht sogar. Da wäre das Spiel nämlich durch gewesen und Union hätte 3 Punkte. Na gut, nach Hause genommen kann man ja nicht sagen, war ja ein Heimspiel. Aber sie hätten 3 Punkte bei sich behalten. So, das klingt besser. Auf jeden Fall ging es halt nur mit 1-0 in die Pause. Und Union Berlin hat ja trotzdem immer noch weitergemacht. Sie haben aber weiter gekämpft und haben sich immer noch nicht zurückgezogen. Aber die Bayern sind halt die Bayern. Das sage ich als Bayern-Fan selber. Eine super Aktion. Kummer setzt sich außen gegen 2 durch. Passt zu Lewandowski. Der haut das Ding rein. Ja, so sind sie die Bayern. Oder besser gesagt, so ist Lewandowski. Er braucht... Man kann ihm das ganze Spiel nicht sehen, aber er bekommt eine Chance und die nutzt er. Und das ist für mich auch der Beweis, dass Lewandowski der beste Stürmer im Moment der Welt ist. Weil er auch wirklich mal eine scheiß Leistung zeigen kann. Aber trotzdem macht er sein Tor, beziehungsweise seine Tore. Und das ist einfach klasse. Auf jeden Fall, ich würde sagen, die Bayern waren im zweiten Durchgang. Ich will nicht sagen besser, aber na gut, vielleicht ein Müh besser als Union Berlin. Die hatten beide ihre Chancen, noch den Siegtreffer zu machen. Aber wirklich was Zwingendes kam da nicht mehr. Ich würde sogar eher sagen, dass Union Berlin noch die Chance gehabt hätte, das 2 zu 1 zu machen. Aber letzten Endes ist es dann ja leider nicht mehr dazu gekommen. Aber ich muss auch sagen, es war auch zum Teil ein sehr ruppiges Spiel. Mit Fouls, die auch zum Teil unnötig waren. Daran hat man auch gesehen, dass Davis sehr lange raus ist. Denn er würde niemals... Die gelbe Karte, die er kassiert hat, das war einfach ein Stellungsfehler. Einfach eine unnötige gelbe Karte. Und ich finde einfach auch, dass die Bayern heute kein gutes Spiel gemacht haben. Sie waren nicht souverän und sie haben das Ganze nicht gut abgespult. Ich will Union Berlin keinesfalls irgendwie in den Dreck ziehen. Union Berlin ist eine super Mannschaft, die sich jetzt das zweite Jahr super hält als Aufsteiger. Und da muss man großen Respekt vor haben, was die mit den geringen Mitteln machen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das 1 zu 1 meiner Meinung nach verdient für beide Mannschaften, wenn man nach der Leistung geht. Und ja, mich interessiert aber auch eure Meinung. Wie findet ihr das? Ist es gerecht, dass das 1 zu 1 ausgegangen ist? Oder hättet ihr Bayern oder Union den Sieg gegönnt? Schreibt es in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns zum nächsten Talk. Und ciao.